Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nordrischen Marsch. Ich bin ins Wasser gefahren, wo ich meine Augen woanders hatte, wo die Aufnahme läuft. Ich fahre jetzt mal an die Felsbrücke zurück, auf den Hof, wieder auffüllen gleich. Dort dauert am längsten. Was für Kleingeld oder was soll's, muss sein. Dann werden wir gleich mit unserem Flugmeister kümmern. Jetzt auch fertig? Na ja, fertig ist gut. Nacharbeiten machen, weiß ich hier. So, jetzt kann man nacharbeiten, also sehen Sie kommen. Also in einen Schritt, rüberfahren, fertig. Kurz Bau, dann wählen wir den Wurf in der Erde. Dann müssen wir gleich reparieren. Jetzt schauen wir nach vorne, ob ich das gesehen habe. Und dann müssen wir gleich sehen, dass wir das Feld 1, kommt auch garantiert falsch. Äh, die Folge nicht mehr. Bei morgen bestimmt. In diesem Fall, die Tüfe ist im Nachmittag. Eventual für den Samstag. Hier zu Folge um eins. Die Ecke darf man auch nicht machen. Sobald der Mais fertig ist, werden wir da auch loslegen. Der Mais ist noch nicht ganz. Aber die erste Reihe können wir noch machen. Dann können wir auch ein bisschen die Lage für BGH einfüllen. Um da ein bisschen Geld zu verdienen. Die erste Reihe wurde so ein bisschen ungünstig. Aber dann können wir mit dem LKW fahren. Wo wir noch nicht lange... sonstiges. Das ist unser Unkaut. Dann müssen wir ja mal mit dem LKW kommen. Das der... ist auch fertig. Ja, man sieht, es wird langsam hell. Es wird langsam. Oh, so so schöner. Schöner als vorher. Vorher war es ja so auf einer Lichtkarte. Sobald die Gens kommt. Die Gens kommt. Ich denke, wir sind noch einige Neuungen. paar Mods. Diesen Mod-Contest, was wir da haben. Die Gens kommt. Ja. 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 Dann haben wir das alles geregelt. In Anführungszeichen. Dann wird die Ausgabe festgelegt. Mehr oder weniger. Entweder Frühjahr oder Herbst. In Anführungszeichen. Man kann sich das... So wie es real auch läuft. Beziehungsweise... Die Ernte... Erfolgt halt im Sommer. Bei Getreide im Sommer. Die anderen Fruchtsorten. In Anführungszeichen. Also im Herbst. Wie im Mai. Zum Beispiel. Dann haben wir hier unten nie wieder Stress. Dann wird halt im Frühjahr unkopp gekämpft. Und im Herbst, im Winter halt näher. Hauptsächlich Forstwirtschaft. So. Der wäre fertig. Normalerie aus. Später wegfahren. Und der ist... Locking. Das ist einer als fertig. Hier wäre fertig aber die Ecke. Die Ecke sind wir noch gleich mit. So. 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 Dass er... Äh... Anführungszeichen. Das Heu auch noch mitkriegt. Und das möchte ich ja mithaben. Und zwar so, dass wir das schön... Schön... Daher schön... Beim Sammeln... Mitbekommen. So. Auf diese erste Bahn. So. So. Das heißt... Stück zu Stück... ranholen. Das wird aber auch in der Leichter tun. Bremsen. Das Ganze. Außen nehmen. Das geht. So. 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 Das geht mal langsam Oliveonge. Whatever die goste. Allrum. So. So. Woanders. So. So. geradeaus eine taste weiter der hat mich halt geklappt wo ist das? das heißt das ist hier in der bahn nach links noch nicht perfekt aber jetzt näher gleich noch ein bisschen bei der hinten an gehen wir am mittlerischen kurs müssen wir etwas anders machen theoretisch die andere bahn nehmen die zweite da ist ja ein ende wenn das Ende nicht die Frage ist da kann man den Notfalls auch alleine eingreifen so machen wir mal schön ran nicht ganz nicht ganz nicht ganz das muss man ja so fahren lassen mal schauen dass wir das entweder noch kriegen die ja übrigens nicht also das war schon so das muss man ja gleich fahren lassen mit Kursblick aber das kann ja ganz gut besser wie ich ich gehe hier um den Sammelwagen dann lass ich mal den Burschen fahren aber er kann nicht genau den Kurs fahren die er haben will das ist ja genau optimal wie er das sein soll wie man sieht da geht nicht ganz richtig das ist gut den Kurs kann den Kurs können wir lassen weil wir einen leichten Sammelwagen holen wieder geht der Lahnwagen Wahnsinn so aber wir wollen jetzt mal reparieren und ja müssen wir von reparieren können wir hier mal hin waschen müssen wir auch waschen müssen wir auch waschen müssen wir auch dann können wir hier auch nicht aus der Kucht was aussehen äh sowieso habe ich gesagt volles Programm ne so weg weg mag er nicht so derzeit wo ich was tun warten kann muss das ich mir was einschenken weil er mit Durst eigentliches Wasser in was er trinken also also so so Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay, so. Soll ich den Faktor runtergehen. ein bisschen saumere Sitzschiene heute muss man zum Summen draußen aktuell sind draußen 300 Grad in der freien luft also aber dach kann man das direkt abstellen erstmal bis wir das wieder brauchen werden auf der wiese 22 oder 25 dann müssen wir noch mehr wiesen haben wahrscheinlich denn heu brauchen wir vier die sammlung ist da vorne gewesen aushängen und jetzt geht los grassammeln grassammeln müssen wir normalerweise im kurs einfahren das machen wir ohne hänger das heißt spacken haben wir eh gespeichert da fangen wir hier vorne an ach die ecke haben wir gerne, egal jedenfalls müssen wir sehen dass wir uns schnell beeilen, dass wir hier dünnen können gröpfen ohne hänger wird sich leichter aber man kann auch mit hänger fahren kreuzten soll er sich normalerweise nicht, aber da er eh um ein fahrzeug fährt, ist doch egal ob das so klappt, sind wir nicht ganz sicher weil er sich irgendwie... naja, ich weiß auch nicht jetzt holen wir den hänger überladerwagen den haben wir nicht abregt, das ist voller stroh, ja hauptsache hier mal was los im notfalls kippe ich ihn aus Da kommt schon noch Platz. Versuchen wir mal ein Teil einzukippen bei der Kühe. Aber da hat so viel nicht gefehlt. Der ist ziemlich kauf, da kommt der kaum rein. Da hat er nur gedacht. Da kommt ein bisschen durch. Der Mist füllt sich. Hier geht nicht rein. Aber das kippen wir hier vorne ab. Jetzt können wir wieder einladen. Ah, Stein I. Und zu bist du. Und dann müssen wir düngen. Düngen. Ja, und aussehen. Schau mal hier. Löschen. Laden. Laden. Schwankenzell. Umro 21. Dann hängen wir an. Über Führung. Einstellen. Du darfst beginnen. Gut. Da hat er noch 11 Prozent. Das reicht noch. Ja, nicht ganz. Die nächsten Erträger auf der Höhe. Und ohne Gedümmel sind die Flügel. Die Flügel läuft nun. Und jetzt werden wir nachher gleich geflügen. Zurück fahren. In die Ecke noch machen. Auch vorbei. Okay. Schau mal vorne in die Ecke. Da könnte auch noch was sein. Und dann werden wir gleich nach vorne beginnen. Und dann werden wir gleich nach vorne beginnen. Wir werden mal keine Spur sammeln. Oder. Ich hab' grad nicht da unten drücken können. Ja, da ist nicht fertig. Hat da an der Ecke noch. Ach das passt schon, wir werden gleich hier anfangen. Und zwar an der Ecke. Da sind wir legen und besten definiert. Ist beim Ecke etwas unflexibel kann man sagen. Jetzt gibt es mehr Probleme. Vorne anfangen. In diesem Bereich. Das muss am besten funktionieren. Einmal den alten Wörtern. Aber das war es für heute. Und liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Natürlich auch über ein Live oder ein Abo. Das kostet euch nichts. Das ist für mich eine kleine Anerkennung. Mehr oder weniger. Danke. Das wäre es für heute. Dann sagen wir mal Füße um den Winkel. Ciao. Bis zum nächsten Mal.